Ab sofort ist diese hier angebotene Einzimmermietwohnung bezugsfrei. Die Souterrainwohnung liegt in Neuss. Das Objekt wurde 1986 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 35 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Souterrainwohnung auf 395 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung.